Den Omi Wer diesem Kanal folgt, ist ein Gewinner, ist einer der besten Jungs Eins im Chat unter dem letzten Bild von diesem wunderschönen Jungen hier Moin Leute und herzlich willkommen zu einer weiteren Reaktion von Den Omi Ja Leute, wir wollen auf die 10.000 Abonnenten hochrasseln, tut mir den Gefallen, Alter Und verprügelt ausnahmsweise mal den Abo-Button Ich sag das nie an, nie Aber ihr könnt's einfach mal tun Machen 10.000 jetzt Dann kann ich bald ein paar Storys auf dem Kanal raushauen Ja Leute, wir gucken uns heute von Deliro Ich weiß gar nicht, wie die gerade heißt Ripp Leute, ich weiß es nicht mehr Auf jeden Fall von diesem Kanal ein geiles Video an Ich bin da zufällig drauf gestoßen Es ist eine Versuche dich nicht zu erschrecken bei diesem Video Extrem Challenge Ich lass schon mal ein Like da Denn ich habe einen Peak in das Video gewagt Und ich kann euch sagen, es ist in Levels aufgeteilt Wir gucken uns das Level hier ganz entspannt an Droppen rein Droppen wieder raus Und gucken mal, wie es wird Ich wünsche euch viel Spaß Verderkurs geht raus, wir sehen uns drin Nichts für schwache Nerven Kopfhörer anschließen Check Okay Leute, also wenn ihr euch erschrecken wollt Mit mir zusammen Macht ihr die Kopfhörer besser jetzt rein Das Video ist auf jeden Fall nicht ganz ohne Von den Jumpscares Und da ich das erst abends hochlade Werdet ihr euch höchstwahrscheinlich auch erschrecken Also es tut mir leid Schaltet sonst lieber ab, wenn ihr es nicht ab könnt Aber wenn ihr keine Pussys seid Gehen wir jetzt rein Moin Okay Digga Alter Junge, was ist das denn? Habt ihr das gesehen? Wascht ihr mal die Füße Oh nee Wow Ich hab mich ja so erschrocken Okay Leute, Level 1 ist natürlich auch easy Es geht weiter zu Level 2 Okay Was ist das? Hallöchen Oh nö Wow Alter Schwede Okay, okay Also Ja Ich Muss sagen Das hätte ich nicht gedacht Das jetzt so kommt Aber es war schon irgendwie obvious Das was von oben kommt Okay Okay Aber es war noch cool Wir gucken uns mal Level 3 an Wie viele Levels gibt es hier eigentlich? Bäh Da ist ein Schaukelstuhl Handtuch Digga Das bewegt sich Alter Holy Macaroni Alter Was? Okay Da hab ich mich auf jeden Fall schon mal verjagt Leute Digga Was ist denn das für eine Scheiße hier? Das ist gut gemacht Muss ich an der Stelle sagen Puh Okay 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 Was geht da ab? Ah, was im Hintergrund Ne, die wird so weggezogen jetzt Das geht da jetzt ab Moin Hallöchen Alter Schwede Aber nicht cool Level 3 Waren wir nicht gerade Warte mal Waren wir nicht gerade Level 4 Wir sind jetzt wieder Level 3 Level 5 Okay Also das Es gibt hier verschiedene Levels Die sind aber nach 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 Geraden aufgeteilt Also Level 4 war eben schon das höchste Level 3 Kommt jetzt erstmal Okay Wer nimmt sowas auf? Also das kann man ja ganz entspannt mit so einem Seil und Faden machen Finde ich Müssen wir echt mal gucken, Leute Moin, Alter Hat jemand den Klempner gerufen oder was? Das war absolut nicht Gar nicht Schrecklich Null Aber bei Level 5 bin ich mir nicht so sicher Ob das jetzt geil wird, ja? Ja Wir gehen rein Leute, durchhalten Digga, ein bisschen erschrecken ist gut fürs Herz Was ist denn das da hinten? Digga Holy shit, Alter Es gibt noch ein Level 6 Oh man Ich dachte Okay Kurz rekapitulieren Das Ding war sofort dran Ich finde es aber viel, viel schrecklicher, Leute Schreibt es gerne mal in die Kommentare Wenn ihr das auch so seht Wenn die so ganz komisch angekrabbelt kommen Digga Das sieht Das ist einfach Nee Level 6 Oh nein Das sieht schon gar nicht cool aus Bruh Ich weiß, aus welchem Film das ist, glaube ich Ich kenne die Scary Movie Verarsche Was soll Level 6 gewesen sein? Nix war das Level 7 also Okay, die haben noch eine Granate in der Hand Er erklärt irgendwas Raufdrücken Und dann Digga, es explodiert gleich, oder? Es war so klar, Alter Dieser scheiß Spade, Mann Gib mir Level 8 Let's go Ja, was ist das denn da hinten? Hi Oh nee Puh Seid ihr noch da, Leute? Seid ihr noch da? Wir sind bei Level 9 Fast beim Ende Wer jetzt noch durchgehalten hat Der kriegt jetzt noch mal Ein Küsschen von mir Weiter geht's Was geht da ab? Wow Alter, wer warst du denn, Junge? Digga, Mann Verpiss dich Leute, Alter Ich sage ehrlich, Digga Der Typ Oh, wir müssen uns noch einen gönnen Okay, Leute Letztes Ding Versuche nicht, dich zu erschrecken Ich hoffe, ihr habt euch auf jeden Fall auch erschrocken Wenn nicht, dann wart ihr Pussis und habt das Licht angelassen Ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen Wenn wir mal auf mehr nicht erschrecken Sachen reagieren sollen Leute, lasst gerne Kommentare da Ich wünsche euch ein schönes Wochenende Lasst ein Like für dieses Video da Checkt alles von diesen anderen Videos aus Das Abo nicht vergessen Kuss geht raus Denno out Ich Bis zum nächsten Mal.